Denn selbst das läuft auf das Unsterblichkeits- phantasmatischen Wunsch hinaus. Wenn ich das Reale wahrnehme und dessen Struktur erkennen und dessen Schlüssel aufschließen könnte, so lautet die unbewusste Vorstellung, würde ich dann unsterblich sein können, würde ich dann dem Tod entgehen können, weil ich den Schlüssel des Seins hätte, der dieses Tödlichkeitsprinziv ...